Herzlich Willkommen, eure Freunde. Im letzten Part haben wir Team Magma fertig gemacht. Und wie und wie, ey. Ja, ne. Das ist halt das Leben in Pokémon Revolution Online. Wir müssen die bösen Kinder besiegen. Und, oh. Oh. Sieht hier ganz schön schön aus, ne? Sieht ganz schön schön aus, okay. Kann man es so sagen? Ich hoffe mal, ja. Ach, also die Farben, die gefallen mir hier mega. Auch hier fühle ich mich gern zu Hause. Jo. Ganz hübsch habt ihr hier. Och ne, jetzt wird es nicht mehr so hübsch. Hallo. Aqua Angestellter. Ein Slime-Mog, okay. Das ist aber jetzt hier nicht wirklich... Weiß ich nicht, ne? Äh. Team Aqua freundlich. Ne, ihr verpestet ja das Wasser. Was seid ihr denn für welche? Ne, ne, ne. Komm, bitte. Perfekt. Nein? Oh Gott. One Hit. Ich raste aus. Capit sollte eigentlich hier alles alleine machen. Aber das sieht wohl nicht ganz so gut danach aus. Äh. Ich mach mal Feuer Punch. Feuer Schlag. So. Erfahrungspunkte bitte. Ja. Perfekt. So lieb ich das doch. Psychokinesium hat natürlich kein... Ist natürlich nicht effektiv. Aber Magical Eve, ne? Ja, ich wusste es. Ich wusste es und mache erstmal die falsche Attacke. Ja, ja. So war es. Ja. Och ne. Die Teleporter. Ich mag die Teleporter nicht. Vor allem hier lag früher immer irgendein Meisterball herum. Aber ich hab ihn... Ich hab immer sehr lange gebraucht, ihn zu finden. Ne. Ich hoffe, das geht nicht nur mir so. Sondern euch vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Golbert, okay. Golbert kann ich mit Psychokinesium auseinandernehmen. Perfekt. Perfekt. 58. Super, Gardevoir. Boah, das ist ja echt super Training. So ein Training hätte ich für die Ligen gebraucht. Das weiß ich zumindest, wo ich immer hingehen kann, um zu trainieren. Falls ein neues Update rauskam oder so. Und ein bisschen Geld farmen hier. Ist auch super. So, dann machen wir Feuerschlag. Oh Gott. War gar nicht so gut. Okay. Schade. Dann machen wir halt Spukball. Auch nicht so gut. Hä? Wie viel macht das denn? 80? Oh, 75 macht das eine sogar nur. Okay. Naja. Egal. Wir haben es ja geschafft. Bitte keine Unlicht-Pokémon mehr. Danke. Weil dann kann ich hier mit Psychokinese mehr machen. Das macht zumindest 90 Schaden. Ne? Ist zumindest etwas. Ja. Magma Admin Courtney. Die steht hier einfach auf ihrem Podest. Okay. Hallo Magma Admin Courtney. Dich besiegen wir mal, ne? Ja, okay. Mach das mal bitte. Du schaffst das eh nicht. Okay. Wenn du meinst. Psychokinese. Tschüss. Tschüss. Oh. Oh. Du hast überlebt. Was bist du denn für eine Hexe? Äh. Captain Cave. Ich weiß nicht was das ist. Deswegen weg damit. Level 60. Oh super. Garde war. Du bist richtig gut. 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 Äh. Okay. Sind alle weg? Von der Etage? Seltsam. Seltsam. Ist echt ein bisschen seltsam. Als ob die einfach aufgeben. Komm mit Untertan. Ich gebe auf. Psychokinese ist kein Unlicht. Perfekt. Perfekt. Boah. Super. Garde war. Also Psychokinese ist bei dir echt super. Und wie. I love you. I love you so much. 61. Perfekt. Du machst langsam Jumpax Konkurrenz. Und bin ich hier überhaupt richtig? Ist das Wasser oder was? Oh Gott. Hier sind drei Stück. Ich weiß noch nicht in was ich reingehen soll. Mann, Mann. Mann, oh Mann. Hallo Kameru. Ja. Ich bin schon wieder da. Ich mach dich platt. Das ist ja klar. So. Kameru. Schon mal weg. Und Riesing kommt jetzt auch weg. Na? Moonblast. Oh. Eine fehlende Attacke. Was tue ich denn dafür weg? Magical Leaf. Ja komm. Magical Leaf. Damit weg. Perfekt. Gehen wir mal hier rein. Okay. Ich denke das hier wird ein bisschen länger dauern. Bis ich hier mal durchkomme. Weil Orientierung hier. Ist bisschen blöd. Ist bisschen blöd. Komm wir machen Moonblast einfach direkt. Weil es halt eine fehlende Attacke ist. Und Unlicht. Nicht wirklich harmonieren. Kann man so sagen. Ich denke mal schon. Ach ja. Gift ist dafür effektiv. Hab ich vergessen. Tschüss. Gardewaar. Ja. Der kleinste Fehler wird bestraft hier im Spiel. Ist bisschen traurig. Ja. Komm Drachenklaue. Dann ist alles gut. Perfekt. Ich hoffe Libetra rege ich auch noch auf Level 60. Wäre ganz cool. Hier bin ich falsch. Okay. Dankeschön. Dass du mich in die Irre geführt hast. Dann gehen wir mal hier runter. Hallo. Was haben wir hier? Och ne. Ach man ey. Diese Kacke hier ey. Komm. Explosion. Ja. Super. Egal. Level up. Hauptsache Level up. Danke Elektroball dafür. Och ne. Nicht die Kacke hier. Scheiße. Ich bin falsch. Äh. Hä? Ah. Ich darf mich nicht zu sehr bewegen. So. Okay. Hier geht's wahrscheinlich raus. Oder so. Ich weiß es nicht. Och man. Das hier verwirrt mich immer zu sehr. Hallo Magnein. Hallo. Okay. Äh. Machen wir mal Sandtomp. Oder wie das heißt. Okay. Macht fast überhaupt keinen Schaden. Dann mach ich lieber Drachenklaue. Gut. Das macht mehr Schaden. Das ist gut. Okay. Merk ich es mir mal. Ne. Für die Zukunft. Nochmal Drachenklaue bitte. Und. Ihr macht es erst nicht. Okay. Perfekt. Level 60. Mehr wollte ich gar nicht erreichen. Mehr wollte ich doch gar nicht erreichen. So. Dann gehen wir hier rein. Hallo. Oh. Oh. Aqua Admin Shelly. Hallo. Ja. Ja. Ich besiege dich einfach. Okay. Okay. Mach mal. Perfekt. Dankeschön. Überschal. Oh. Ja. War ganz schön gut. Night Slash. Ja. Ist in Ordnung. Dass du mich besiegt hast. Kann ich mir leben. Hauptsache ich hab dir sehr sehr viel Schaden gemacht. Na. Und dein Tri-Do ist jetzt auch weg. Perfekt. Boah. 137.000 Erfahrungspunkte. Alles klar ey. Perfekt. Äh. Äh. Ja. Mein Pokémon sind langsam tatsächlich down. Ich hoffe hier steht gleich irgendwo ein Bett herum oder so. Oder ähnliches halt. Aber erstmal muss ich hier irgendwie klarkommen. Gehen wir mal hier mal her. Okay. Jetzt Metroid. Und hier ist wieder Aqua Grand. Okay. Boah alter. Ich weiß nicht wo ich hier hin muss. Ich weiß es echt nicht. Es wird jetzt auch nicht mehr leichter finde ich. Es wird eher schwieriger. Weil ich so überhaupt keinen blassen Schimmer habe. Überhaupt nicht. So. 30.000 wieder. Ist in Ordnung. Äh. Äh. Ja. Bla bla bla. Ihr seht die da unten bitte nicht. Ja. Bitte nicht angucken. Hallo Elektroball. War mir klar. War mir sowas von klar. Ach. Das gibt's doch nicht. Das gibt's echt nicht. Ne. Über Elektroball. Also ich klicke gleich überhaupt kein Pokéball mehr an. So ne Scheiße hier. Ah. Ich bin endlich da. Oh. Endlich. Und wieso ist der Magma Typ schon wieder? Ne. Ist auch immer kleiner Crank. Würde ich sagen. Aber warte. Der hat doch Mega Toradu oder? Ich hab eh keinen Belieber. Stimmt. Äh. Bitte kämpf noch nicht gegen mich. Okay. Der ist abgehauen. Och ne. Nicht schon wieder Tabitha. Tabitha. Kannst bitte weggehen. Äh. Not so favorite place. Route 128. Müsste ich jetzt hin. Underwater. Okay. Ah. Ich bin wieder hier. Perfekt Leute ey. Ey. Da haben wir schon wieder was geschafft. Ne. Und zwar. Haben wir jetzt die Magma bezwungen. Oh. Hier gibt's Smushers. Oh. Äh. Ja. Karte. 128. Unter. 128. Ist. Also hier müssen wir auf jeden Fall runter. Ne. Da. Aber wir gehen glaube ich jetzt erstmal nach Moosbach City. Beziehungsweise nicht gehen sondern wir schwimmen dahin. Und wie wir dahin schwimmen werden. So. Falls. Ja. Können wir durch. Perfekt. Das ist doch super oder? Ähm. Dann. Büchslagen. Das war's mit diesem Part. Ich hoffe es hat euch sehr gefallen. Wir haben endlich Team Magma und Team Aqua besiegt. Gekonnt. Und wir sind jetzt natürlich auf dem Weg Richtung Moosbach City. Ähm. Ja ne. Was gibt's sonst noch zu sagen? Links kommt ihr zum neuesten Video und rechts zur aktuellsten Playlist. Und bis dann. Euer Kamito und ciao. 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 Ciao.